Also wenn ich an Küche und Haushalt denke, dann kommt mir immer so ein Lied in den Kopf, habe ich als Kind gehört. Ich sage jetzt nur den Text, keine Sorge, ich singe nicht. Das bisschen Haushalt geht doch von allein. Ich weiß, wo ich klein war, hat sich meine Mutter immer drüber aufgeregt, weil das bisschen Haushalt eben nicht von allein geht, meine Herren. Aber Sie können uns Frauen helfen, dass es ein bisschen mehr wie von alleine geht. Kathi hat sich darüber nämlich Gedanken gemacht. Es wäre echt schön, wenn wir da Unterstützung kriegen könnten. Stimmt's, Kathi? Ja, und heutzutage gibt es tolle Helfer für den Haushalt, für die Damen als auch für die Herren selbstverständlich. Und da macht sich der Haushalt wie von alleine. Also es ist wirklich clever, dass es heutzutage Roboter gibt. Ja, und ich habe zwei von diesen Robotern mitgebracht, die sie im Haushalt unterstützen. Und das sind wirklich riesen Helfer und die begeistert einen, begeistern einen total. Es gibt zum Beispiel Roboter, wie diesen hier. Und die übernehmen komplett das Staubsaugen, das Bodenreinigen. Der hier ist zum Beispiel ganz, ganz fantastisch. Das ist einer meiner absoluten Lieblinge. Und ich bin da nicht alleine, weiß ich. Es gibt einige andere hier bei uns, die dann total begeistert sind. Das ist einer, der wirklich den Boden perfekt reinigt. Und zwar staubsaugt er ihren Boden. Der fährt selbstständig über den Boden. Und zwar macht er das wirklich sehr, sehr intelligent. Ich zeige den einmal hier von unten mit einer sensationellen Technik. Hier ist dieser klassische Einsaugstutzen. Da wird der gesamte Schmutz eingesaugt. Und hier mit diesen Rotationsbürstchen sogar aus den Ecken eintransportiert. Also selbst wenn man da irgendwie Winkel hat, Kanten, wird da alles perfekt eingesaugt. Hier ist extra noch so eine abgeschirmte Kante, sodass da auch nichts irgendwie verloren geht. Also sehr, sehr hochwertig. Und wir haben hier so tolle Offroad-Reifen, sage ich immer. Also der fährt sogar auch über Schwellen. Der fährt sogar, wenn Sie einen Teppich haben, fährt er da perfekt hoch. Also super genial gemacht mit neuster Technik. Dieser Roboter ist mit Sensoren ausgestattet. Und zwar elf Stück an der Zahl. Die sind hier überall ringsrum eingebaut, sodass er hier auch Hindernisse erkennt. Der erkennt zum Beispiel auch Kanten, auch Treppenstufen zum Beispiel erkennt der perfekt, sodass der Ihnen nirgendwo runterfällt und auch nirgendwo gegenfährt. Sondern der ist sehr, sehr intelligent, dieser kleine Freund. Und Sie haben hier gerade schon was entdeckt. Das ist eine, ja, eine Seltenheit und eine Besonderheit, der wirklich nur, eigentlich nur bei diesem Staubsauger, also bei uns hier zum Beispiel im Sortiment zu finden ist. Habe ich so auch bei keinem anderen Staubsauger-Roboter bisher entdeckt. Finde ich aber unglaublich wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Und zwar eine UV-Lampe, ein UV-Licht, das hier Viren und Bakterien abtöten kann. Das heißt, dieser Staubsauger, wenn der bei Ihnen zu Hause unterwegs ist, dann reinigt der den Boden, der saugt Ihren Boden, aber der tötet auch gleichzeitig die Viren und Bakterien vom Boden mit ab, mit diesem intelligenten UV-Licht, das da verbaut ist. Und das ist natürlich hier was ganz Interessantes, was sehr, sehr Wichtiges. Weil heutzutage neigt man wirklich immer mehr dazu, dass man krank wird, dass man Erkältung hat. Bei Ihnen vielleicht auch gerade wieder zu Hause. Ja, Husterei, Schnupferei, dann wahrscheinlich innerhalb der Familie. Und da reicht es natürlich nicht, wenn man nur die Böden saugt, sondern man möchte die Böden auch wirklich rein haben. Man möchte, dass Viren und Bakterien mit weggemacht werden. Und das übernimmt dieser tolle Staubsauger-Roboter hier direkt. Und da sehen wir ihn mal im Einsatz. Wir können uns das auch gleich hier im Studio mal anschauen, weil das macht man wirklich einfach über die Fernbedienung. Man kann da ganz entspannt, wenn man möchte, auch auf dem Sofa sitzen bleiben und das per Fernbedienung schalten. Da können Sie sogar einen Putzplan programmieren, einen 7-Tage-Putzplan. Könnte man sagen, so, morgens um 9 Uhr zum Beispiel soll der losfahren. Und dann macht er das auch. Und zwar 90 Minuten lang. Der hat nämlich einen Akku eingebaut. 90 Minuten Akku. Also ich weiß nicht, wie lange du so staubsaugst, Sandra. Also 90 Minuten ist schon ordentlich, oder? Denke ich auch. Also bei 90 Minuten, da musst du schon viel saugen. Aber schau mal, was ich faszinierend finde. Er kann sowohl Teppiche saugen, als auch einen glatten Fußbodensparkett. Bei meinem Staubsauger musste man früher das immer umstellen, wenn du einen anderen Fußboden hast. Hier, unser Staubsaug-Roboter schafft das von ganz alleine. Der erkennt das. Der ist schlau. Ja, mit dieser intelligenten Technik, mit diesen Sensoren, die da verbaut sind, mit diesen Offroad-Reifen, ist er wirklich super intelligent. Da sehen wir es auch nochmal. Der erkennt das hervorragend. Der hat hier die Möglichkeit, alles perfekt abzusaugen. Und schau mal, durch dieses flache Design, das der hat, kann der auch wirklich überall sehr schön saugen, alles abfahren. Das macht der ganz fantastisch. Und die Ladestation, da sehen wir sie gerade, die ist für Sie im Lieferumfang dabei. Wenn der Akku mal zur Neige gehen sollte, wie gesagt, 90 Minuten kann der ohne Probleme saugen, dann fährt er automatisch zu seiner Ladestation zurück. Ich habe hier einen kleinen Kollegen mal hier unten positioniert. Wenn ich dem jetzt das Kommando gebe, zu saugen, dann macht er das wirklich ganz automatisch. Dann fährt er hier alleine los und fängt dann natürlich auch an, zu reinigen. Ist jetzt an seiner Ladestation. Muss ihn einmal auf der Seite dann einschalten. Der will gerade geladen werden. Und dann legt er los. Schlau ist er. Natürlich. Er redet auch mit einem. Dann fängt er natürlich sofort an zu sprechen und dann kann man ihm Putzprogramme vorgeben. Die Reinigung ist wirklich sensationell. Also es gibt unterschiedliche Reinigungsprogramme, die man ihm vorgeben kann. Spotreinigung. Sie können ihn aber auch direkt über diese Pfeiltasten, die hier mit auf der Fernbedienung sind, dann steuern, wenn man das möchte. Auch das ist selbstverständlich möglich. Und dann können Sie hier mal sehen, wie der unterwegs ist. Also das ist wirklich super praktisch, das Ganze. Und dann kann man ihn da über diese Pfeiltasten zum Beispiel auch steuern. Und wenn man da mal was runtergekippt hat zum Beispiel, da sehr schön fahren lassen. Wir können uns das mal anschauen. Also auch so ein Teppichboden zum Beispiel macht ihm gar nichts. Da fährt er hervorragend dann auch auf den Teppichboden. Reinigt auch auf dem Teppichboden das Ganze aus. Siehst du, kann ich ihn auch schön drüber fahren lassen, wenn da mal was runtergekrümelt ist. Da fährt er wunderbar hoch und runter. Das macht er wirklich hervorragend. Und wenn er dann fertig ist, kann ich in jeder Zeit das Kommando geben, dass er bitte wieder an die Station zurückfahren soll. Auch da sucht er natürlich automatisch dann seine Ladestation und fährt selbstständig an seine Ladestation zurück. Der parkt auch wirklich perfekt an seiner Ladestation dann ein. Das können wir uns anschauen. Der erkennt seine Ladestation immer selbstständig und dann fährt er rein. dann hört man ihn, dass er anfängt dann auch zu laden. Also er macht es wirklich perfekt, ist da wirklich sehr selbstständig durch diese gesamten Funktionen, die er hat, durch diese intelligente Technik. Also eine Riesenhilfe im Haushalt. Und auch wenn man sich das anschaut, man spart unglaublich viel Geld im Verlauf der Zeit. Dadurch, dass man halt keine Beutel mehr kaufen muss. Wenn der jetzt gereinigt hat, dann geht das alles hier in diesen Schmutz-Auffang- Behälter hinein. Auch hier ein Mehrfach-Filter-System für Sie vorgesehen, sogar mit einem HEPA-Filter, der hier mit integriert ist. Diesen Schmutz-Auffang- Behälter kann man ganz einfach dann auch in den Mülleimer ausleeren. 0,5 Liter gehen da rein und dann kann man den wieder einsetzen. Schon geht es weiter mit der Reinigung. Also auch hier dann ganz viel Geld sparen ist natürlich die Devise, sehr umweltfreundlich das Ganze. Das ist wirklich toll. Ja und nur 189,91 Euro. Diese Staubsaugroboter, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, die können ja zum Teil 600, 700 Euro kosten und sind noch gar nicht mal so schlau wie unser kleiner Freund hier. Er hat vor allem auch dieses UV-Licht. Das kann man gar nicht oft genug sagen, das ist besonders hilfreich, wenn Sie Kinder haben, die auf dem Fußboden mal rumkrabbeln, wenn Sie Tiere zu Hause haben. Damit können Sie Bakterien und Viren auch noch mit abtöten und das ist natürlich eine tolle Zusatzfunktion. Die Bestellnummer ist die NC 57 25 5 6 und die 9 für nur 189,91 Euro. Kommt unser kleiner Freund zu Ihnen nach Hause. Der weiß ganz genau, wann er Hunger kriegt, wann er an seine Andockstation kommt. Sie können sich auf der Couch entspannen und können ihren kleinen Kumpel da arbeiten lassen. Das ist eine ganz schicke Geschichte. Da geht nämlich das bisschen Haushalt fast von allein. Meine Herren, wenn sich Ihre Frau über den Haushalt beklagt, dann ganz schnell jetzt anrufen. Der Sonderpreis geht noch für zwei Stunden, aber nur solange unsere kleinen Saugrobotoren noch da sind. Da heißt es dann schnell in die Leitung gehen und wenn Sie schon sagen, jetzt wird der Boden perfekt gesaugt, da muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Wie sieht es denn mit Ihren anderen Flächen aus? Zum Beispiel jetzt hier mal so klassisch die Fenster. Fensterreinigung ist ein Riesenthema. Das ist natürlich schwer. Das geht unheimlich natürlich an das Körperliche. Das ist auch so ein Thema. Gerade die Fensterreinigung, die schiebt man immer lange vor sich her. Fensterputzen gehört nicht gerade zu den beliebtesten Aufgaben, aber auch andere große Flächen im Haushalt. Spiegelflächen, die Duschkabine oder der Fliesenspiegel. Auch das macht man sehr, sehr ungerne, oder? Hand aufs Herz. Ich habe da jemanden für Sie. Schauen Sie hier. Das ist ein Allround-Putzroboter. Der ist perfekt geeignet für hier natürlich Fenster jeglicher Art. Fenster mit einfach, mit doppelt, mit dreifach Verglasung. Da können Sie ihn überall perfekt einsetzen. Also es ist wirklich ein toller, intelligenter Profi-Fensterputzroboter, den Sie jetzt an Ihre Fenster einfach ansetzen. Der arbeitet mit einer Ansaugtechnik. Daher ist er auch wirklich für alle Fensterflächen perfekt geeignet. Aber nicht nur das, sondern das ist ein riesiger Haushaltshelfer, ein Allround-Putzroboter, denn Sie können ihn jetzt auch zum Beispiel für Spiegelflächen verwenden. Sie können ihn auch bei zum Beispiel der Duschkabine verwenden, bei sogar Ihrem Fliesenspiegel im Bad oder in der Küche. Also ein richtiger Allround-Putzroboter, der Sie jetzt im Haushalt unterstützt. Und da können Sie zum Beispiel dann hier mal das Badezimmer komplett reinigen lassen von einem Roboter. Sie brauchen gar nicht mehr dabei sein. Sie setzen den einfach einmal an, weil dieses Gerät ausgestattet ist mit intelligenter Technik, mit diesem Drucksensor, mit Sensoren, die hier einmal natürlich den Schmutz erkennen, mit einem Lasersensor oder mehreren Lasersensoren, die hier auch zum Beispiel Abstände erkennen, die hier das auch erkennen, wenn irgendwo eine Kante ist. Sie können ihn daher auch an Ihrer Duschkabine verwenden, selbst wenn Ihre Duschkabine rahmenlos ist. Der erkennt das, wenn irgendwo die Duschkabine zu Ende ist und hört dann da auf. Also wirklich intelligente Technik, die hier verbaut ist und der reinigt ganz fantastisch. Wir können uns das gerne mal anschauen, wenn wir wollen. Es funktioniert wirklich toll. Innen oder außen am Fenster ist komplett egal. Wollen Sie es von außen gleich sehen? Weil da sieht es wirklich spektakulär aus. Man setzt ihn einfach an am Fenster und zwar gereinigt wird hier mit diesen Mikrofaserpads. Ich habe jetzt hier mal die gelbe Variante gewählt. Gelb ist auch für die Feuchtreinigung geeignet, weil da ist das Pad so ein bisschen robuster geeignet. Da können Sie auch mit ein bisschen Reiniger arbeiten. Da reicht es, wenn Sie wirklich so ganz kleine Spritzer verwenden. Einfach so kleine vier Spritzerchen drauf. Da benutzen Sie dann auch ganz wenig Reiniger. Einfach nur ansetzen an Ihr Fenster oder natürlich den Fliesenspiegel oder die Duschkabine. Das Ansaugen funktioniert von ganz alleine. Dann können Sie das Fenster auch wieder schließen, wenn Sie möchten. Und Sie haben im Lieferumfang eine Fernbedienung mit dabei. Da geben Sie einfach eins der Putzprogramme vor und schon wird gereinigt. Sie brauchen gar nicht mehr da sein. Der meldet sich automatisch, sobald er fertig gereinigt hat. Und dann bleibt er auch an der Stelle. Der piept dann immer. Da können Sie ihn dann weiter ans nächste Fenster ansetzen. Ist das nicht genial? Also eine riesen Arbeitserleichterung. Ja, vor allem für Menschen, die nicht mehr hochkommen oder die vielleicht noch nie so hochgekommen sind mit dem Arm. Dann sind diese Gefahren ausgeschaltet, auf irgendwelchen Stühlen rumzukrabbeln, runterzufallen. Für Ältere ist es super geeignet, die nicht mehr ganz nach unten können und auch nicht nach oben. Also da sofort zugreifen. Und denken Sie dran, wenn Sie den Fensterputzer kommen lassen. Meine Mutter hat kürzlich einen kommen lassen. Nur fürs Wohnzimmer war sie 50 Euro los. Sie hat aber dummerweise auch noch ein Schlafzimmer mit Fenster, auch noch ein Bad mit Fenster, auch noch eine Küche mit Fenster. Wenn Sie das zusammenrechnen, da sind 284,91 Euro. Ein absolutes Schnäppchen. Ja, und der reinigt dir ja alles. Das ist es ja. Der ist ja jetzt nicht nur für deine Fenster innen und außen, sondern der reinigt ja, das ist ja ein Allround-Putzroboter. Der putzt ja auch jedes Mal die Duschkabine. Der putzt ja die Fliesenspiegel im Bad und in der Küche. Das ist ja hier das Tolle. Sie haben übrigens heute einmal hier von diesen gelben Mikrofaserpads, die wir sehen. Drei Stück im Lieferumfang direkt mit dabei. Drei Stück direkt für Sie mit dabei. Und wir haben auch diese blauen Mikrofaserpads, die sind zur Trockenreinigung. Da haben wir heute auch drei Stück für Sie im Lieferumfang mit dabei. Die sind sehr schön auch zum Polieren, wenn mal irgendwie eine Oberfläche staubig ist. Und die können Sie immer wieder verwenden. Die gehen einfach in die Waschmaschine. Diese Mikrofaserpads sind sensationell. Die werden einfach nur aufgeklettet. Einfach wieder bei 40 Grad in die Waschmaschine reinschmeißen. Dann können Sie die immer wieder verwenden. Also drei von den blauen zur Trockenreinigung, zur Politur, sind im Lieferumfang für Sie mit dabei mit dem tollen Reinigungsroboter. Und auch drei von diesen gelben Mikrofaserpads sind auch drei Stück mit dabei heute mit dem tollen Reinigungsroboter. Und dann sind sie schon gut ausgestattet. Das ist eine Sensation. Da können Sie wirklich perfekt den Reinigen lassen. Und dann haben Sie eine tolle Reinigungsmaschine, die Sie im Haushalt unterstützt. Ja, die Ihnen hilft. Bei der Fensterreinigung von Ihren großen Fenstern, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, bei der Terrassentür. Auch die Terrassentür, die ist ja wirklich da immer. Und da fassen ja auch immer alle mit der Hand an, wenn die rein und raus gehen. Die Terrassentür ist ja immer so ein Fall. Und die Terrassentür, da muss man immer unten in die Knie, wenn man die putzt. Ja, da tun die Knie weh und die Hüfte. Und nach oben dann auf die Leiter oder so, wenn da mal was passiert. Und die meisten tödlichen Unfälle passieren im Haushalt beim Fensterputzen. Ist wirklich so. Die passieren nicht auf der Straße, wie man denkt irgendwie beim Autofahren oder sowas. Man denkt immer Verkehrsunfälle, die wären die meisten Unfälle, die passieren würden. Auch die meisten tödlichen Unfälle. Nein, die meisten tödlichen Unfälle passieren im Haushalt beim Fensterputzen. Ist so. Und hier, sowas hilft einem, unterstützt einem. Und der ist selbstständig. Man kann ja jetzt in der Zwischenzeit Kaffee trinken. Man kann in der Zwischenzeit auf dem Sofa sitzen und sich entspannen. Man könnte jetzt in der Zwischenzeit auch, wenn man sagt, okay, ich muss was zu essen kochen, kocht man was zu essen. Weil der arbeitet selbstständig. Wir müssen ja jetzt gar nicht hier sein. Wenn der fertig ist, dann piept der. Dann sagt der Bescheid. Piep, piep, piep. Ich bin fertig. Und dann setzen Sie ihn einfach an die nächste Scheibe. Ja, das ist der wirklich intelligente Technologie, die wir hier haben. Und der arbeitet ganz alleine. Der macht das ganz selbstständig. Und den kann man innen und außen perfekt verwenden an allen Fensterflächen. Sie haben auch die Fernbedienung mit dabei. Das ist wirklich fantastisch. Es ist unglaublich. Vor allem auch, meine Herren, kleiner Tipp für Sie. So einen Fensterputzreiniger. Ich weiß nicht, wie groß Ihre Geschenke sonst sind. Bei 284,91 Euro ist es vielleicht eine gemeinschaftliche Anschaffung. Aber da können Sie Ihrer Frau zu Weihnachten doch einen Gutschein schenken über, ich putze das ganze Jahr die Fenster und die Fliesen. Und dann haben Sie viel Spaß. Das geht super schnell, super einfach mit der Bestellnummer NC 390956 und die 9. Aber dann jetzt gleich bestellen, damit Sie sich auch sicher sind, dass Sie bis Samstag oder spätestens bis Montag den Fensterputzroboter haben. Es ist nämlich wirklich letzter Moment. Heute müssen Sie bestellen, damit das zum Fest auch noch was wird. Wir schauen aber noch mal, dass Sie es ja nicht vergessen, auf unseren kleinen Staubsaugerroboter. Den dürfen Sie mir nicht vergessen. Der muss unbedingt mit. Der kostet 189,91 Euro unter der Bestellnummer NC 572556 und die 9. An ihm ist das Besondere im Vergleich zu vielen anderen, dass er dieses UV-Licht hat, was dafür sorgt, dass Sie zusätzlich Viren und Bakterien töten. Ansonsten kann der Teppich saugen, er kann die Fliesen saugen, er kann Parkett saugen, er kann alles saugen. Und er ist super schlau. Mit seinen Sensoren sieht er jedes Hindernis und er sieht natürlich auch jeden Schmutz. Das heißt, den lassen Sie alleine. Sie entspannen sich auf der Couch. Das können Sie auch jetzt machen. Sie greifen zum Telefon NC 572556 und die 9. Ist die Bestellnummer? Sie rufen an bei Pearl 018515153 mal die 2 und dann kann dieser wunderschöne Putzroboter sich auf den Weg zu Ihnen nach Hause machen. Und wenn Sie einmal dabei sind, darüber nachzudenken, wie Sie Ihre Frau unterstützen beim Putzen oder vielleicht putzen Sie ja selber, denken Sie auch an den intelligenten Fensterputzroboter. Der kann das nämlich auch ganz alleine. Sogar wenn der die Dusche putzt, der putzt nicht drüber hinaus, der sieht, wo die Dusche aufhört und dann putzt er wieder runter. Den können Sie total alleine lassen. Sie sehen, der junge Mann, der macht da seine Arbeit und nebenbei kriegt er schön die Fenster geputzt. Das ist doch auch ein tolles Geschenk für Ihre Partnerin zu sagen, hey, ich schenke dir was. Ich putze ab jetzt die Fenster und dabei macht der Roboter. Für wen hast du denn den Fensterputzroboter gedacht? Der Fensterputzroboter ist einfach eine Riesenunterstützung für jeden im Haushalt. Weil ich finde ja immer, da steht immer Fensterputzroboter. Es ist kein Fensterputzroboter. Es ist einfach ein Allroundputzroboter, der Sie im Haushalt unterstützt. Es ist ein Roboter, den Sie für Fenster natürlich ideal einsetzen können. Aber es ist natürlich auch der ideale Unterstützer für die Reinigung bei dem Fliesenspiegel, gerade im Bad und in der Küche, bei der Duschkabine. Also ist es einfach ein richtiger Allroundputzroboter, der einem da im Haushalt eine Arbeitserleichterung seinesgleichen beschert. Also sensationell das Ganze. Ein Mal anschaffen. Einmal anschaffen und man hat einfach wirklich viele, viele Stunden an Freizeit, die man da mitbekommt. Sie verschenken hier also Freizeit und das ist doch ein tolles Geschenk. Für sich selber oder für Ihre Familie zugreifen. Rufen Sie an und bestellen Sie ganz schnell.